Stell dir mal vor, du sitzt in einer Veranstaltung in einem offiziellen Hörsaal der Stadt mit einem Vortrag zu einem Thema, das dich brennend interessiert. Du hast dich selbst vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, bist weit zurückgegangen und hast nach dem Ursprung des Themas gesucht und fühlst dich jetzt wirklich gut vorbereitet. Eigentlich wartest du nur noch darauf, dass dein vorhandenes Wissen noch erweitert wird. Doch während der Vortrag beginnt, merkst du auf einmal, dass das, was gesagt wird, ziemlich wenig mit dem zu tun hat, worum es eigentlich ursprünglich ging. Es wird am Thema vorbeigeredet. Ich denke, eine ähnliche Situation findet man bei vielen Festen, die jedes Jahr gefeiert werden. Kaum einer weiß, was eigentlich gefeiert wird, was der Ursprung des Festes ist und warum an bestimmten Traditionen festgehalten wird. Und wenn man sich mal mit dem Ursprung beschäftigt, dann kann man sich eigentlich nur verwirrt fragen, was unsere heutigen Traditionen noch damit zu tun haben. Der Dreikönigstag am 6. Januar als eines der ältesten christlichen Feste bildet da wahrscheinlich keine große Ausnahme. Für die meisten von uns ist er einfach ein Feiertag, der einem die Möglichkeit bietet, nach den turbulenten Weihnachts-, Silvester- und Neujahrstagen zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Es ist der Tag, an dem singende Kinder durch die Straßen gehen, Spenden für Bedürftige sammeln und wo die aktuelle Jahreszahl mit den Buchstaben C, B, M an die Türen geschrieben wird. Auch hier wird schnell am Ursprung vorbeigelebt, weil ihn einfach niemand mehr kennt. Um den Ursprung von diesem Fest zu verstehen, muss man sehr weit zurückgehen. Man muss sämtliche Legenden, die sich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt haben, hinter sich lassen und in der Bibel nachschauen, was dort über diese Männer steht, die heute als die drei Könige bekannt sind. Und hier, in der ältesten Quelle, die über dieses Ereignis berichtet, erfährt man auf einmal, dass nicht die Männer an sich die Hauptrolle spielen, sondern derjenige, den sie versuchten zu finden. Weder die Anzahl der Männer, noch ihre Hautfarbe, noch ihren Namen oder ihr Alter werden an dieser Stelle erwähnt. Wichtig scheint nur die Frage, die sie stellten, während sie auf der Suche waren. Sie fragten, Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Sie wussten, dass es da einen König gab, den sie zwar nicht kannten, für den es sich aber lohnte, seine Heimat zu verlassen, viele Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen und mit Geschenken zu kommen, um ihm Ehre zu erweisen. Sie wussten nicht, was sie erwartete, aber sie wussten, dass diese Begegnung ihr Leben verändern würde. Der König, den sie fanden, war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist die Person, um die es geht. Denn er ist der Einzige, der das Leben von uns Menschen wirklich verändern kann. Man findet in der Bibel keine weiteren Informationen darüber, wie das Leben der Männer weiterging, nachdem sie Jesus Christus in Bethlehem gefunden hatten. Aber man erfährt sehr viel darüber, wie Jesus Christus gelebt hat, warum er auf die Erde gekommen ist und warum es sich lohnt, alles andere in den Hintergrund zu stellen und sich auf die Suche nach ihm zu machen. Denn er hat nicht nur damals das Leben der Menschen verändert, das will er heute noch genauso tun. Und alles Wichtige, was wir darüber wissen müssen, das können wir in der Bibel nachlesen. Wenn du Interesse hast, dann schicken wir dir gerne kostenlos und unverbindlich eine nach Hause. Finde heraus, wer Jesus Christus ist. Das wird dein Leben verändern. Vielen Dank, dass du dir den MyInput-Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.